Herzlich willkommen in heutigen Türchen. Mein Name ist Hiroko Utsumi. Und mein Name ist Susanne Kapfer. Wir spielen für Sie das Lied O Freude über Freude. Lied O Freude Lied O Freude Lief dort unter den Zeugen bis zu dem Stall hin. Da war die Schilde blendet von einem Licht und Strahl. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall. Der hatte gar nur Hände und ließ sich um den Stall.